Nosferatu fragt Pete Smead, was ist euer Lieblings-Kinosnack? Nachos mit ganz viel Käsesauce! Boah, das wechselt tatsächlich immer, das ist immer so spontan. Also entweder sind es Nachos mit Käsesauce, Käsesauce, oder es ist, äh, ja, es ist Popcorn. Es kommt halt immer darauf an, worauf ich gerade Bock habe, was ich vorher gegessen habe, ob ich Bock habe auf was salziges oder ob ich Bock habe auf was süßes. Aber diese beiden Sachen werde ich immer holen. Nicht Popcorn, ich mag kein Popcorn, aber Tortillas sind lecker. Am liebsten mit Salsa, aber Käse-Dipp geht auch. Ich kann mich tatsächlich nur super schwer immer entscheiden zwischen Nachos und Popcorn, süßem Popcorn. Aber ich muss mich jetzt entscheiden. Deswegen gehe ich jetzt mit Nachos mit Käsesauce, ohne Salsa und ohne Jalapenos. Finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017